So, heute wird es etwas exotisch, denn ich habe mir heute mal ein Betriebssystem rausgesucht mit einer wunderschönen indischen Bezeichnung, Odi Linux, und ja, einem etwas anderen Desktop. Also, schnappt dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und heute installiere ich mal Bodhi Linux. Das habe ich mir einfach mal rausgesucht, das ist mir mal so über den Weg gelaufen und ich dachte tatsächlich erst, dadurch, dass Bodhi und der Moksha-Desktop, dass das alles so indisch klingt, dachte ich erst tatsächlich, dass dieses Betriebssystem aus Indien kommt. Tut es aber nicht, der Entwickler kommt aus den USA. So, wie dem auch sei, wir gehen jetzt einfach mal auf die Webseite von Bodhi Linux. Hier wird dann auch ganz kurz erklärt, um was es sich dabei handelt. Wir sind in der Version Nummer 6 und es ist ein sehr, sehr ressourcenschonendes, sehr, sehr schlankes Linux basierend auf Ubuntu 20.4 LTS. Und der Desktop ist, der nennt sich Moksha-Desktop. Das wird hier auch nochmal so angegeben, wie das ausgesprochen wird. Also Moksha-Desktop. Und der basiert auf dem Enlightenment 17 Desktop. Enlightenment 17 ist, das habe ich mal nachgeschaut, ist 2012 rausgekommen. Und zwar hier in der Version 0.17, auch E17 oder DR17 genannt. Das ist also schon eine ziemlich alte Version des Enlightenment Desktop. Mittlerweile sind wir schon bei der Version 1.24 bei dieser Desktop-Version. Allerdings scheint der Entwickler von Bodhi Linux mit dieser alten Version sehr zufrieden gewesen zu sein. hat diesen quasi geforkt und ja noch ein paar Fehlerbereinigungen gemacht, Fehler und Bugs behoben und dann eben unter eigenem Namen, namens Moksha, rausgebracht. Moksha kommt aus dem Sanskrit. Das ist so eine altindische Schreibweise, altindische Sprache. Also es ist eine altindische Schrift und bedeutet sowas wie Emanzipation, Freiheit und Befreiung. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf die Download-Seite. Und dort stellen wir fest, dass es hier drei verschiedene Sachen, also eigentlich vier, Legacy, 32-Bit, das überspringen wir jetzt einfach mal. So, aber im 64-Bit-Raum gibt es halt drei verschiedene ISOs, die man herunterladen kann. Einmal Standard, HWE und AppPack. So, das Standard-Release ist quasi eine sehr minimalistische Basisinstallation mit ein paar Standard-Programmen. und bekommt einen Non-Updating-Kernel, also einen Kernel, der nicht mehr geupdatet wird. Eignet sich also sehr, sehr gut für sehr alte Hardware. Die Kernel-Version ist 5.4. Bei dem HWE-Release, also dem Hardware-Enablement, dort ist die Installation quasi dieselbe wie bei Standard, nur es wird dann mit dem Kernel 5.8 ausgeliefert, der dann auch, glaube ich, geupdatet, weiter dann geupdatet wird, immer auf die, ja, neueste, ja, Hardware. So, und dann gibt es noch das AppPack-Release. Das AppPack-Release bedient sich der normalen, dem minimalistischen, also dem neuen Standard, dem normalen Standard-Release mit dem alten Kernel und hat aber noch zusätzlich Programme und Themes mit an Bord. Und deswegen ist diese ISO auch entsprechend groß. Ja, nun hätte ich aber lieber gerne sowohl das AppPack-Release als aber auch den etwas aktuelleren Kernel. Und, ja, das ist trotzdem kein Problem. Dann installieren wir zuerst das AppPack-Release und danach updaten wir einfach den Kernel. Das zeige ich dann gleich. So, ja, dann einmal hier auf Download drücken oder auf Torrent. Dann wird man auf die SourceForge-Seite umgeleitet und ich habe mir das Ganze jetzt schon runtergeladen und mir eine kleine virtuelle Maschine erstellt. Und, ja, dann kommt man dann hier auf diese Seite, auf das Grub-Menü. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf Install Now. So, hier sehen wir auch schon so das typische Checking, File-System-Checking von Ubuntu. Und hier sind wir auch schon im Installationsbildschirm. Die Maus schaut hier bei mir in die andere Richtung. Das ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wir wählen aus einmal Deutsch. Das ist der, so wie ich es sehe, der Ubiquity-Installer, der typische Installer für Ubuntu. So, Tastatur Deutsch belassen wir so, wie es ist. So, während Bodi installiert wird, Aktualisierung herunterladen und Drittanbieter für Grafik- und Wi-Fi-Hardware installieren. Jawohl, das können wir alles anhaken und machen weiter. Hier können wir jetzt die Festplatte löschen und Bodi installieren oder die Festplatte selber partitionieren. Ich habe jetzt nur eine 25 GB virtuelle Festplatte eingebaut und da ist auch nichts weiter drauf. Deswegen belasse ich jetzt den ersten Punkt. So wird das Ganze dann partitioniert und formatiert, nämlich eine VDA mit einer Boot-Partition und einer EXT4, denn ich habe eine UEFI-Installation. Hier noch die Zeitzone und dann brauchen wir auch schon den Benutzernamen. So, der Rechner, ich nenne ihn jetzt einfach Bodi-Box. Dann Benutzername ist Typ. Dazu brauchen wir dann ein schweres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. Die automatische Anmeldung lassen wir natürlich abgeschaltet, denn ich meine, wozu brauche ich sonst ein kompliziertes Passwort, wenn ich mich dann automatisch anmelde? So, dann einmal weiter und dann heißt es abwarten, bis die Installation vorüber ist. Und nach ungefähr 10 Minuten ist die Installation dann auch abgeschlossen und wir können das System neu starten. Okay, das war jetzt sehr, sehr hübsch. So eine schöne Animation. Wenn du das mitgekriegt hast, ist dieser Schriftzug Bodi-Linux hier aus dem Hintergrund hervor, empor gestiegen. Ja, das war sehr, sehr interessant. So, und als allererstes ändern wir erstmal die Auflösung. Dies finden wir in dem Menü unter Anwendungen, Einstellungen, Bildschirmeinstellungen. Und da haben wir hier Screen Layout. So, Ausgabegerät hier. Auflösung machen wir Full HD. Einmal anwenden. Ja, sieht schon sehr gut aus. Und damit das Ganze dann auch nach einem Neustart bestehen bleibt, dann einfach hier auf Layout und dann Moksha. Ja, Moksha. So, jetzt hat er das auch gespeichert in der Konfiguration. Und ja, dann können wir uns mal das Enlightenment Desktop beziehungsweise die Moksha Desktop Umgebung mal ein bisschen anschauen. Hier haben wir die verschiedenen Desktops verfügbar. Das heißt, wenn ich jetzt hier etwas aufmache, kann ich hier in einen anderen Desktop gehen und hier zum Beispiel etwas anderes aufmachen. Und dann kann ich hier zwischen den Desktops hin- und herschalten. Soweit so normal wie bei einem anderen Linux-Bezirbssystem auch. Gnome bietet das an und KDE Plasma bietet das ebenfalls an. Aber wir hatten ja schon gesagt, wir haben ja aktuell den etwas älteren Kernel. Uname minus R. Da können wir noch mal schauen. Das ist der 5.4 generische Kernel, der auch nicht mehr aktualisiert wird, wenn wir das hier so lassen. Und das Ganze werden wir jetzt mal ändern. Ich werde jetzt hier mal schnell etwas größer machen. Gut, das denke ich mal, können wir so lassen. Ich denke mal, ihr seht das alles. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir das jetzt lösen. Und zwar als allererstes machen wir sudo update. Also erstmal die Repositories updaten und direkt im Anschluss sudo update. und dann dist upgrade. Und das machen wir als allererstes. So, dass wir jetzt sicher gehen, dass er wirklich die aktuellsten Pakete verfügbar hat, die es quasi bei Ubuntu LTS eben gibt. Und das kann jetzt, ja, je nach Geschwindigkeit, Internetgeschwindigkeit und so weiter, ein bisschen dauern. So, hier steht Konfigurationsdatei. Der Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben. Wie möchten Sie vorgehen? Die Version des Paketbetreuers installieren. Die momentan installierte Version beibehalten. Die Unterschiede anzeigen, eine Shell starten, um die Situation zu begutachten. Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version. Und, ja, dann sagen, wenn der das sagt, das ist der Standard, dann lassen wir das auch als Standard. Und, ja, dann warten wir mal ab. Und wenn die Installation durch ist, dann können wir jetzt den neuen Kernel installieren. Und zwar mit sudo update. Wie gesagt, ist ja ein Ubuntu, deswegen können wir hier ganz normal abverwenden. Dann install. Linux Generic. HWE. Ja, also Hardware Erweiterung könnte man sagen. Und dann die Linux-Version 20 bzw. die Ubuntu-Version 20.04. Ups, da wieder raus. Punkt 04. So. Und dann einfach auf Weiter. Ja, wir möchten fortfahren. Und das kann jetzt nochmal einen kleinen Augenblick dauern. Und dann einfach die Maschine nochmal neu starten. Und schon haben wir den aktuellen, ja, Stable-Körner 5.13 Generic. Und der ist dann halt kompatibel mit der aktuellsten Hardware. Das ist also sehr zu empfehlen, wenn du ein, ja, neueres System hast, einen neueren Rechner, der vielleicht jetzt nicht älter als drei Jahre ist. Dann ist auf jeden Fall sehr gut, den Kerne entsprechend zu upgraden. Für den Fall, dass es nicht zu Hardware-Problemen kommt. Zum Beispiel bei der Erkennung der WLAN-Treiber oder irgendwelcher anderen Anschlüsse in dem Gerät. Gut, dann wollen wir doch mal schauen, was hier alles so schön ist, ja, installiert ist. Hier auf Bode Linux. Es ist so mit diesem Enlightenment-Desktop. Wenn ich hier auf dem Desktop ganz normal mit der linken Maustaste klicke, dann kommt das Hauptmenü. Es ist im Prinzip dasselbe Menü, was hier unten quasi ist. Wenn ich hier unten auf das, ja, Bode Logo klicke, auf dieses Menü habe ich halt Zugriff, wenn ich egal wohin mit der linken Maustaste klicke. Die rechte Maustaste hat so erstmal keine Funktion. Allerdings, wenn ich Lieblingsanwendungen, also Favoritanwendungen habe, die ich als Favoriten markiere, dann habe ich mit dem Rechtsklick dann entsprechend Zugriff auf diese Favorite-Apps. So, dann wollen wir mal schauen. Also unter Anwendungen und Zubehör. Da haben wir Cherrytree, Leafpad, das ist ein Editor, Pycom, das ist der Compositor, der sorgt für die wunderschönen Blur-Effekte und Transparenz-Effekte. Dann Calculate mit Q, das ist ein Taschenrechner und zwar ein ziemlich hochwissenschaftlicher Taschenrechner. So, Calculate GTK4. Sehr, sehr zu empfehlen. Ein sehr, sehr toller Taschenrechner. Sehr umfangreich auch. Und was haben wir sonst noch? Vim ist bereits vorinstalliert. Das finde ich sehr, sehr gut. Denn ich bin ja ein Fan von Vim. Der hat das jetzt nicht geöffnet, weil wahrscheinlich die X-Term-Konsole nicht richtig konfiguriert ist. Aber wenn ich jetzt hier Vim eingebe, dann sagt er, dass das nicht gefunden werden kann. Also, es ist scheinbar doch nicht installiert. Und deswegen einfach sudo ab install Vim. Installieren. Jawohl. Und dann ist er auch gleich fertig. Das heißt, interessanterweise hat der Vim zwar im Menü mit drin, im Anwendungsmenü, aber selber gar nicht vorinstalliert. Wenn ich es jetzt öffne, dann ist Vim auch da. Gut, dann einmal weiter. Dann haben wir hier die ganz regulären Einstellungen. Wir können noch zusätzliche Treiber installieren. Zum Beispiel, wenn du Nvidia-Grafikkarte hast, kannst du hierüber die Nvidia-Treiber installieren. Bluetooth-Adapter kann man hier installieren beziehungsweise aktivieren. Livepatch, das ist von Ubuntu, der Dienst für automatische Software-Upgrades. Wenn du also Ubuntu Pro für Desktop hast, dann kannst du dich dort entsprechende anmelden, registrieren und dann bekommst du ebenfalls Livepatch. Das Ganze läuft ganz normal über das Ubuntu-Software-Programm. Gut, dann machen wir weiter. Was haben wir sonst noch Schönes? So, dann unter Entwicklung haben wir Genie. Das ist also eine ganz normale Entwicklungsumgebung. Eine kleine, schnelle Entwicklungsumgebung. Polyv, okay. Interessant. Dann, was haben wir sonst noch? Libre Office, Mass ist drin. Ein paar Spiele wie Extreme Tux Racer, Frozen Bubble und Solitaire. So, wir haben Gimp schon vorinstalliert. Schauen wir mal, wie schnell Gimp sich hier öffnet. Und, ja, super, es hat keine vier Sekunden gedauert. Das ist ja unglaublich schnell. Da merkt man eben auch, wie schlank Body Linux auch gehalten ist. Selbst Gimp öffnet sich wunderbar schnell. So, dann haben wir weiter. Internet, da haben wir den Chromium Webbrowser. Das ist der Standard-Webbrowser bei Body Linux, der Chromium Webbrowser. Der sich aber hier scheinbar gar nicht bei mir öffnen lässt, aus irgendwelchen Gründen. So, ich habe mich nochmal an- und nochmal abgemeldet. Irgendwie ist der Chrombrowser etwas abgestürzt. Und, also der Chromium Browser. Und, ja, jetzt bin ich quasi wieder drin. Der ist auch komplett auf Deutsch schon eingestellt. Der findet dieses Quickstart-Landing nicht. Wir schauen aber mal, ob das Internet funktioniert. Mit Google.de. Das sieht ganz gut aus. Funktioniert also. Die Standard-Suchmaschine, die jetzt hier drin ist. Suche. Wo die Suche steht hier. Wenn ich jetzt hier drücke, ist DuckDuckGo als Standard-Suchmaschine bereits eingerichtet. Und das kommt nicht von ungefähr, sondern nämlich DuckDuckGo und Body Linux sind quasi verpartnert, wenn man das so sieht. Beide Projekte unterstützen sich quasi gegenseitig. Und deswegen hat Body Linux DuckDuckGo die Suchmaschine auch als Standard-Suchmaschine mit drin. So, grundsätzlich sollte aber alles soweit funktionieren. So, dann machen wir mal weiter. So, was haben wir? Discord ist bereits vorinstalliert. Das finde ich sehr interessant. FileZilla. Ja, HexChat. Das ist ein Chat-Programm für das IRC-Netzwerk. Und hier kann man sich dann entsprechend in den verschiedenen IRC-Netzwerken anmelden, einloggen und dann da zum Beispiel auch Hilfe suchen, falls man ein bisschen Hilfe benötigt. Falls du Hilfe vielleicht auch benötigst und hier mit in meiner, so ein Typ im Internet, Community ein bisschen mitwirken möchtest, dann melde dich einfach mal in meinen Matrix Space an. Lade dir dazu einfach eine Chat-Anwendung deiner Wahl herunter, wie zum Beispiel Element ist sehr zu empfehlen. Und dann einfach dem Link in der Videobeschreibung folgen und dann kommst du direkt in den Chat. So, was haben wir hier noch? So, genau, der Pigeon Instant Messenger. Da kann man sich dann noch anmelden. So, Unterhaltungsmedien. Da ist VLC Media Player auf jeden Fall standardgemäß mit installiert. Das finde ich auch sehr, sehr gut. KASAM ist, ich glaube, eine Webcam-Anwendung. Ah ja, Bildschirmaufnahme. Okay, alles klar. Bildschirmaufnahme. Da kann man dann einen Screenshot vom Bildschirm machen. Okay, sehr gut. Und was haben wir noch? Audacious als Standard-Audio-Player. Und die komplette LibreOffice-Bibliothek ist ebenfalls schon vorinstalliert, allerdings in einer ziemlich alten Version, nämlich in der Version 6, wenn ich mich nicht irre, ja, 6.4. Soweit ich mich nämlich erinnern kann, sind wir bereits schon weit über der Version 7. Allerdings befinden wir uns hier natürlich auch im Stable- beziehungsweise im LTS-Brench. Und das bedeutet halt, dass wir hier Software vorinstalliert haben, die wirklich Long-Term-Support ist und die definitiv und stabil auf sehr, sehr alter Hardware auch funktionieren muss. Und deswegen ist LibreOffice natürlich auch nicht das aktuellste, was hier installiert ist. So, was haben wir sonst noch? Einmal das Bodi App Center. Das Bodi App Center ist tatsächlich nur eine Webseite, und zwar unter bodilinux.com.au sind wir dann hier drin. Und hier kannst du tatsächlich, ja, rumbrowsen, wenn man das mal so sieht. Und dann kannst du dir verschiedene Anwendungen hier rüber herunterladen. Zum Beispiel, wenn du den Double Commander haben möchtest, als Alternative zu Tuner, dann kannst du das einfach hier auf Install klicken. Und dann gucken wir mal, ob das hier ganz, das Ganze funktioniert. Authenticate. So, jetzt wird das Paket quasi heruntergeladen und installiert. Und ich nehme mal an, dass die Installation jetzt bereits durch ist. Ah ja, jetzt ist noch nicht ganz durch. So, Update ist complete. Sie können das Fenster jetzt schließen. Okay, dann schließen wir das mal. Und dann schauen wir mal, ob wir die Anwendung jetzt hier finden. Und ja, hier oben unter Charity ist der Double Commander. Den habe ich ja jetzt hier gerade direkt installiert. So sieht das Ganze dann aus. Und hat sich auch optisch direkt an meinem Theme angepasst. Hier in diesem Dark Modus. Finde ich also sehr gut. Das mit dem Double Commander war jetzt hier nur ein Beispiel. Und auf diese Art und Weise kann man hier, ja, viele andere Sachen noch nachinstallieren. Hier haben wir dann nochmal Hexchat und Pidgin. Das ist aber schon bereits vorinstalliert. Dann E-Mail Clients. Soweit ich das jetzt hier gesehen habe, ist kein E-Mail Client vorinstalliert gewesen. Da hatte ich jetzt eben gar keins gesehen bei Internet. Nein, nur die zwei Chat-Programme. Wenn du Thunderbird oder eben Clormails haben möchtest. Clormails ist dann ein bisschen rudimentärer, ein bisschen rugaler, sage ich mal. Nicht so aufgebläht wie der Thunderbird. Dann einfach hier rüber ruhig installieren. Aber es geht natürlich auch ganz normal, die Installation über den Synaptic Paket Manager. Den können wir uns jetzt mal kurz anschauen. Den hätten wir nämlich einmal hier. Dann das Passwort hinein. Und dann haben wir hier die Synaptic Paketverwaltung. Jawohl. Mit großer Macht kommt große Verantwortung quasi. Und dann kann ich auch hier entsprechend nach Programmen und Anwendungen suchen, die ich haben möchte. Das Ganze kann man dann hier verschieden kategorisiert sich anzeigen lassen. Nach Architektur, nach verschiedenen Bereichen. Und dann auch hier rüber ganz normal installieren. Hier habe ich hier zum Beispiel E-Mail. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte, hier kann man dann zum Beispiel auch den Thunderbird installieren. Einfach zum Installieren vormerken. Und dann anwenden. Und dann wird das Ganze installiert. Das sind jetzt 233 MB an Anwendung, die jetzt hier gleich entpackt werden. Ich werde das Ganze jetzt mal fix abbrechen, damit ich das Ganze jetzt hier nicht verschwende an Zeit. So, was haben wir sonst noch? Schönes. Ich glaube, das war es dann erst mal soweit. Wir haben noch haufenweise Konfigurationssachen, Aktualisierungsverwaltung. Das Anmeldefenster können wir konfigurieren. Da können wir dann zum Beispiel sagen, wie es denn aussehen soll, wie das Hintergrundbild sein soll und so weiter. Wir können auch manuelles Anmelden erlauben oder eben nicht erlauben und so weiter und so fort. Und ebenfalls eine Gast-Sitzung erlauben. Das, ich glaube, beim Aktivieren wird dann so ein Gast-Account heruntergeladen und installiert. So, dann haben wir als Standard-Dateimanager ist der Tuner. Der ist, ja, auch ziemlich schlanker und sehr zuverlässiger Dateimanager, den ich durchaus auch sehr gerne nutze. A-Top ist ebenfalls schon vorinstalliert. Das ist sehr interessant. Hier können wir dann auch gleich schon sehen, dass wir hier jetzt bei 500 MB Speicherverbrauch sind, also RAM-Speicher. Und dafür, dass wir jetzt hier schon eine ganze Menge gemacht haben und hier Chromium auch schon im Hintergrund quasi läuft, die Chromium-Dienste, merkt man halt, ist das wirklich unglaublich sparsam und ressourcenschonend, dieses Betriebssystem. Timeshift ist ebenfalls schon vorinstalliert und mit Timeshift können wir dann entsprechend ein System-Snapshot erstellen, also quasi sowas wie ein Wiederherstellungspunkt. Auch das werde ich jetzt nicht machen. Gut, aber ich möchte mir mal noch ein paar Einstellungen anschauen. Und zwar gibt es einmal die Hintergrundbilder und da scheint es nur dieses eine Bild zu geben. Dann wollen wir mal schauen, ob wir hier noch ein paar andere Bilder finden. Backgroundssystem. Ah ja, hier. Okay, sehr gut. Ja, da könnte man dann tatsächlich eine ganze Menge finden. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, diese Art von Ansicht. Hier kann man nämlich dann das Hintergrundbild schon dann schön vorgefertigt anschauen, ohne dass man da erst das Hintergrundbild auch setzen muss, um sich das in seiner Gänze anzuschauen, wie das sonst immer so ist bei den Einstellungen. Und hier sind wirklich eine ganze Menge Hintergrundbilder für jeden Geschmack auch dabei. Ich klicke hier mal durch. Hier gibt es so ein Weihnachtsthema. Also hier hat man wirklich nicht gespart mit mit Artwork. Auch hier der indische Stil, der Buddhismusstil. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. So, was haben wir noch? Dann haben wir mit dem App-Pack haben wir ja noch eine ganze Menge an Themes heruntergeladen. Die werden dann hier ausgelistet unter Einstellungen Thema. Und Standard-Thema ist Moksha Arc Green. Und Arc Dark ist das Thema, was ich immer gerne habe. Ich finde dieses Arc mit dem blauen Thema, das kennt ihr sicherlich auch hier von meinen. Ich habe hier auch dieses Arc Blue-Thema. Natürlich dann mit einer pinken Highlight-Farbe. Das liegt einfach daran, weil das ein bisschen viel besser zu meinem Stil passt, zu meinem eigenen Farbstil. Machen wir aber mal weiter hier. So, dann hat sich tatsächlich beim Umschalten des Themes auch hier oben die Uhr geändert. Hier unten die Symbole haben sich alle geändert. Jetzt sieht das schon sehr viel mehr nach Enlightenment auch aus. Das ist so das mit den Animationen und mit diesen Blink-Effekten. Ja, das ist schon ziemlich interessant. So, was haben wir sonst noch? Dann gibt es den ganz normalen Moksha Arc. Das ist dann die helle Variante. Okay, ja. So, Moksha Pink. Oh ja, das ist sehr, sehr pink. Dann alles in Gold. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Also, wie man sieht, wenn man die Themes so durchschaltet, ist das der Enlightenment-Desktop doch sehr, sehr, ja, viel, vielfältig in der Art und Weise, wie man das konfigurieren kann vom Aussehen her. Ja, also es unterscheidet sich dann wirklich extrem zwischen Arc Dark und dann eben jetzt zum Beispiel diesem goldenen Thema Blink. Ja, mit den ganzen Effekten und den Schatten-Effekten. Dann diese Animation, wenn ich jetzt hier drüber fahre, dann kommt hier wie so ein weißer Schein so durch. Das ist schon ziemlich, ziemlich spannend. Sehr, sehr interessant. So, dann haben wir hier noch Forum Green, auch sehr schick. Ja, auch hier wieder sieht man, das ist wieder ein komplett anderes Thema, auch von der Aufmachung her komplett anders gemacht und das ist halt wirklich, wirklich toll. Und hier haben wir noch dann Japan-Thema und hier oben sogar die Uhr mit den japanischen Schriftzeichen, die Zahlen oder die Ziffern im japanischen Kenji. Ja, das war so mein kleines Review von Bodi Linux. Bodi Linux gibt es schon seit 2010. 2010 ist das Projekt quasi gestartet und hat dann ab 2012 mit als Enlightenment-Desktop 0, also Enlightenment-Version 0.17 dann weiter geupgradet wurde, dann ihre eigene Desktop-Umgebung daraus gebaut, nämlich eben Moksche-Desktop-Umgebung. Ich finde es sehr schön, dass auch diese Desktop-Umgebung Enlightenment weiter gepflegt wird und auch immer mehr an Beachtung auch findet und viele, viele Fans hat. Bodi Linux ist hervorragend geeignet für sehr, sehr alte Hardware noch, während also noch einen alten Rechner irgendwo rumliegen hat, einen alten IBM oder vielleicht sogar noch einen alten Compact-Rechner von Anfang der 2000er. Der wird mit Bodi Linux wirklich gut auf seine Kosten kommen und kann wirklich ein wirklich tolles, auch sehr hübsches System ohne große Einschränkungen eben nutzen. Aber auch auf neuer Hardware lässt sich das Ganze wunderbar nutzen, indem man einfach den Kernel upgradet auf 5.13 oder beziehungsweise auf den letzten Ubuntu Stable Generik-Kernel, sodass dann das Ganze auch auf neuerer Hardware besser und stabiler läuft. Wie wir hier sehen, bei NeoFetch hat er das ganze System als Ubuntu und nicht als Bodi Linux erkannt. Ich nehme an, das hängt jetzt mit dem Upgrade des Kernels zusammen, dadurch, dass wir jetzt den Kernel auf den 5.13 Generik-Kernel geupgradet haben. Alles in allem ein wunderschönes Betriebssystem. Lass es mich ruhig in den Kommentaren mal wissen, ob du schon Erfahrung mit Bodi Linux hast oder vielleicht mit dem Enlightenment Desktop. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020